Der neue Sonntag. Crime im Doppelpack. Wenn die Eltern ihr Wohnzimmer vor lauter Bäumen nicht wiedererkennen... Ach du Schmerzen. Habt ihr euch schon verschreckt in die Hose gepullet? Ja. Dann haben die Kinder wieder einmal ihre wildesten Fantasien ausgelebt. Hilfe! Zuhause sind die Teufel los. Am Donnerstag um 20.15 Uhr. Gleich. Guten Abend. Eine Blume für die Freundin? Ja, das ist eine gute Idee. Fairer Tausch. Tschüss. Die dreisten Drei. Gleich. Sat.1 zeigt's allen. Nächsten Freitag. Was geht denn jetzt hier ab? Der Vater und ich werden sich trennen. Weißt du überhaupt, was die Scheiße für die Bote bedeutet? Lass euch hier nie wieder blicken. Dann brauchst du ja eine andere Frau. Go, 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 go. Eine neue Folge von Hausmeister Krause am nächsten Freitag.